Willkommen meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer zur nächsten Episode des ultimativen Total Warhammer 1, 2 und 3 Armeeguide. Zwar ist Total Warhammer 3 zu diesem Zeitpunkt noch nicht raus, aber die prinzipiellen Mechaniken des Spiels werden sich auch mit Total Warhammer 3 natürlich nicht ändern und ihr könnt diese Hinweise auch für Warhammer 3 verwenden. In dem heutigen Video sprechen wir über den zweiten Infanterie-Typ, nämlich die Linieninfanterie, von der ihr wissen solltet, was sie ist und wie man sie verwenden kann. Dieses Tutorial soll euch helfen, einen Überblick über die verschiedenen Einheiten zu erhalten, die es bei Total Warhammer gibt und wie man sie verwenden kann, ohne dass wir direkt auf die unglaublich große Gesamtzahl an Einheiten und ihre allgesamten speziellen Einbindungsfälle eingehen müssen. Auch wenn wir am Ende dieses Videos durch alle Armeen und deren Linieninfanterie-Typen nochmal gehen werden, um sie zu besprechen. Danke für eure Rückmeldung zum letzten Video, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und auch Kavallerie und Streitwagen wird es im späteren Verlauf dieser Video reingeben. Zuerst machen wir die Infanterie-Typen durch. Aber genug davon. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, wenn ihr mit Total Warhammer anfangt, ist, dass Einheiten nach speziellen Geldmengen eingeordnet werden. So könnt ihr direkt eine Menge des Geldes herausfinden. Ist es eine Fleischschildeinheit? Ist es Linieninfanterie? Sind es Linienbrecher oder Linienhalter? Oder ist es Eliteinfanterie? Und das klappt relativ gut. Natürlich ist auch das hier ein Kontinuum. Es gibt zum Beispiel Linieninfanterie mit Spezialfähigkeiten, die vielleicht dann ein bisschen teurer werden deswegen. Aber darauf gehen wir dann bei den speziellen Einheiten der jeweiligen Armeen ein. Die Linieninfanterie ist, wie der Name schon sagt, die Standardeinheit eurer Armee. Es sind Schwertkämpfe, es sind Orkjungs, es sind Zwergenkrieger oder die diversen Elfen Speerträger, die es in den Armeen hat. Sie reihen sich ein. Ah ja, genau. Und falls ihr diese Videos genügt, habe ich dieses Folie wieder eingefügt. Lasst gerne den Hormon hoch da, abonniert den Kanal und sorgt dafür, dass der Hamster zu einem glücklichen Hamster wird, sonst wird er zu gehörenden Ratte. Und das wollen vermutlich auch viele. Gut, also die Linieninfanterie ist etwas teurer als die Fleischschilde, obwohl auch Fleischschilde mit Spezialfähigkeiten in die Preiskategorie der Linieninfanterie hineinragen. Das besprechen wir nachher noch. Über 600 Gold gibt es normalerweise, würde ich nichts mehr als Linieninfanterie einstufen, weil da die Einheiten zu teuer sind. Und das sind die Einheiten, die genau dafür geeignet sind, eure Linieninfanterie zu durchbrechen oder die Linie besonders lange zu halten. Das ist die Linienbrecher-Kategorie, die ungefähr bis 900 Gold geht. Und darüber hinaus kommen wir in die Region der Elite Infanterie, die eigentlich so ziemlich alles knackt. Ihr bekommt die Qualität, für die ihr bezahlt. Was sind die besonderen Eigenschaften, die Verwendung von Linieninfanterie? Erstmal prinzipiell im Konzept. Die Eigenschaften der Linieninfanterie sind, sie kosten im mittleren Bereich ungefähr zwischen 300 und 575 Gold. Bei 600 gibt es dann schon eine relativ klare Grenze bei den Einheiten. Wenn wir uns die Einheiten nachher ansehen, werden wir das merken. Es ist wie gesagt die komplette Durchschnittseinheit. Es gibt teilweise Abweichungen bei diesen Einheiten. Man zahlt dann für etwas schlechtere Werte. Die Einheiten haben ein bisschen schlechtere Werte, haben dafür aber allerdings eine Sonderfähigkeit. Meistens ist das anti-groß oder rüstungsdurchdringend oder sie haben die Schleicherfähigkeit, können Gegner verlangsamen oder machen Giftschaden. Und das sorgt dann dafür, dass manche Einheiten etwas speziellere Anwendungen haben als die Linieninfanterie. Da gehen wir nachher noch darauf ein. Und die Linieninfanterie ist dazu da, einfach zu kämpfen und die Linie für eine Weile zu halten. Sie sind dazu da, eure Fernkämpfe zu verteidigen. Vor allem in der Anti-Großvariante eure Single Entities, also eure Einzelmodellhelden und eure Monster zu schützen. Sie können auch Fernkampffeuer auf sich ziehen. Dafür sind sie immer noch sehr gut geeignet. Vor allem wenn sie mit Schilden, was viele dieser Modellklasse tun, in den Kampf ziehen. Sie sind ein deutlich stabilerer Amboss für den Hammer eurer Kavallerie als jetzt eure Fleischschilde. Die fliehen einfach häufig zu schnell, als dass sie sie wirklich gut als Amboss benutzen könnt. Man kann sie immer noch dazu verwenden, um Einheiten vom Schlachtfeld zu jagen. Dafür kosten sie noch nicht zu viel und auch auf jeden Fall noch viel besser dazu geeignet, gegnerische Fernkämpfe, wenn ihr könnt, zu verfolgen und zu binden. Sie haben dann, wie auch bereits schon erwähnt, manchmal spezialisierte Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie besonders gut Anti-Kavallerie sind. Hier bei den Bildern, die ihr rechts seht, sind das alles Speerträger-Einheiten, die besonders gut gegen Kavallerie sind oder haben andere besondere Funktionen, wie zum Beispiel die fiesen Schlitzer, die gegnerische Regimenter verlangsamen können. Generell, hier nochmal ganz, damit ihr es nicht vergesst, Linieninfanterie halten zwar die Linie normalerweise, aber sie werden von Linienbrechern und Eliteinfanterie zerstört und von Kavallerie eigentlich auch. Normalerweise sind diese Einheiten in der Preisklasse zu wertvoll, um sie einfach zu opfern. Also stellt sie nicht einfach irgendwo hin, desto sie kosten zu viel, sind zu wertvoll dafür. Beachte die verschiedenen Variationen, es gibt manchmal welche mit Speeren, mit Schwertern, mit Schilden, ohne. Das ändert sich der Anwendungsraum ein kleines bisschen, aber muss ich normalerweise nicht zu große Gedanken darüber machen. Die Einheiteneinstufung, die ich euch gebe, ist ein Kontinuum. Ihr könnt natürlich auch anderer Meinung sein, was Linieninfanterie ist und was nicht. Generell kann man sagen, die Linieninfanterie verschafft euch in eurer Armee Zeit. Sie wird nach vorne laufen, sie wird kämpfen, sie wird Fleischschild durchbrechen, sie wird gegen gegnerische Linieninfanterie lange bestehen und, ja gut, gegen Linienbrecher halten sie nicht so lange durch, aber eine Weile schon. Sie verschaffen euch auf jeden Fall Zeit. Und nur das ist ihre Funktion. Die Linieninfanterie verschafft euch Zeit, damit ihr in der Zwischenzeit mit Kavallerie, mit einzelnen Modellen oder mit anderen Fernkampfeinheiten den wirklichen Schaden in der Schlacht verursacht. Und wie kann man die so generell einsetzen? Hier mal ein paar Schemata. Wir sehen uns die nachher nochmal in der Schlacht vielleicht ein bisschen an. Linieninfanterie ist wie der Name, der sagt, die hauptsächliche Verwendung ist die Linieninfanterie, die vorne steht und, ja, die Linie hält. So weit, so sicher. Weil ihr könnt, wenn ihr günstige noch günstigere Einheiten dabei habt, wie zum Beispiel die Berton, vor die Linieninfanterie noch einige Fleischschilde stellen, wenn ihr möchtet. Muss aber nicht unbedingt sein. Die Linieninfanterie ist selbst noch so in dem Preissegment, dass man sie nicht unbedingt extra separat noch besonders schützen muss. Die Funktion der Linieninfanterie ist auch wirklich dazu da, dass sie eure Fernkämpfer schützt. Weil Linieninfanterie macht einfach selber nicht sonderlich viel Schaden. Sie schützt eure Fernkämpfer, damit die den Schaden machen und sie sorgt dafür, dass der Gegner gebunden wird, damit die Kavallerie nachher den richtigen Schaden machen kann. Antigroß spezialisierte Infanterie, die ich hier auch zu der Linieninfanterie zähle, kann man auch noch dabei haben. Wenn ihr sowas dabei habt, stellt sie hinter eurer Fernkampflinie, wie hier in diesem Schemata gezeigt, auf, oder alternativ auf die rechte und die linke Flanke eurer Fernkampfarmee, damit sie dort die Flanken absichern, vor allem gegen gegnerische Kavallerie Einheiten. Gerade die Antigroßversion der Linieninfanterie eignet sich ideal dafür, um unter anderem nicht nur die Kavallerie aufzuhalten, aber besonders als Rückzugsort für eure Einzelmodelle. Das heißt, ihr greift mit Volkma den Grimmigen die gegnerische Formation an, der Gegner kommt mit dem Kanosaurus oder mit irgendwelchen anderen Kavallerie, Demi greifen oder irgendwas. Und dann wird eure Single Entity normalerweise ordentlich zerlegt. Und das scheint besonders die Antigroßinfanterie, Version der Linieninfanterie, nämlich sie kann sich zurückziehen zwischen eure zum Beispiel Helle Bardiere. Und ich garantiere euch, da will kein Kanosaurus rein, da will keine Kavallerie rein. Antigroß, vor allem Antigroß spezialisierte Infanterie ist was, da will der Gegner nicht rein mit seiner Kavallerie. Normale Nicht-Antigroß-Linieninfanterie, gut, da können die rein angreifen, ist schon ganz okay. Aber Antigroß, die halten einen dann doch schon eher auf. So, soviel dazu. Falls ihr irgendwelche noch besonderen Fragen habt, zum Einsatz der Linieninfanterie oder Antigroß oder einer speziellen Einheit, schreibt sie gerne in die Kommentare und ich schaue, dass ich die dann beantworte. Nun springen wir direkt rein in die Armeekompositionen und die Armeen selbst hier im Spiel, besprechen, was wir hier so für Linieneinheiten dabei haben und wie man sie anwenden kann. Hier sieht man zum Beispiel und wieder ganz klar den Unterschied, ab 600 Gold gehen wir eigentlich von der Linieninfanterie weg und müssen extra zahlen für so ein Gorherdenregiment, was anfängt deutlich mehr Nahkampfschaden zu machen. Also hier sieht man den Unterschied, wenn wir von 550 Gorherden auf die, von der Gorherden Schild auf die Gorherde gehen, haben wir 10 mehr Nahkampfangriff. Da sieht man, die sollen eher dazu da sein, um die gegnerische Linie zu brechen. Wohingegen die Gorherden mit Schilden unter 600 Gold schon deutlich mehr dafür da sind, eher zu halten. Gut, aber genug davon. Das sehen wir auch später noch deutlich häufiger. Hier können wir als Linieninfanterie, je nachdem wie man es sieht, Umur, Sperrkämpfer auch noch dazu zählen. Im letzten Video habe ich sie als Fleischschild bezeichnet und da würde ich ehrlich gesagt immer noch dazu stehen. Hier noch ein Kommentar, wurde im letzten Video darauf hingewiesen. Unten rechts die Fähigkeit entbehrlich haben. Die meisten vom Spiel als Fleischschild oder so bewertete Einheit, wobei das nicht unbedingt immer nur 100 so stimmen muss. Entbehrliche Einheiten, wenn die so ein Symbol haben, bedeutet das, dass eure Einheiten, die nicht das entbehrlich Symbol haben, dass es denen egal ist, wenn diese entbehrlichen Einheiten flüchten. Nur andere entbehrliche Einheiten werden davon beeindruckt, wenn entbehrliche Einheiten fliehen. Toll, die haben sie ja häufig entbehrlich benutzt. Gut, bei den Tiermenschen sind die Einheiten generell ein kleines bisschen teurer, gerade Ungorsperrkämpfer und Ungorherden, die sind nicht so, so mega gut in ihren Nahkampfwerden für Linieninfantrie. Man zahlt hier ein bisschen extra, weil sie die Urwutfähigkeit haben, um ihre Nahkampf- und Geschwindigkeitswerte zu buffen und natürlich für Schleichen. Da mal der Punkt, ja, ein bisschen teurer werden sie immer, wenn sie Spezialfunktionen haben. Ansonsten Gorherden mit Schilden, Stürmen auf den Gegner. Generell kann man hier wirklich nicht super viel Besonderes sagen. Gorherden, Ungorsperrkämpfer, Ungorherden, die gehen vor. Ganz typische Linieninfantrie vor und kämpfen. Gorherden mit Schilde eher ein kleines bisschen aggressiver, aber jetzt auch nicht mega viel stärker als zum Beispiel die Standard-imperialen Speerkämpfer. Also erwartet euch echt nicht zu viel. Es ist eben typische Linieninfantrie. Gorherden, Ungorsperrkämpfer und Ungorherden gehen vor und kämpfen. Erwartet nicht, dass die irgendwie den Gegner großartig davon abhalten, euch anzugreifen oder durch die Linie zu brechen. Das ist Linieninfantrie. Erst ab Gorherden fangen die an, richtig den Gegner Platz zu machen. Oder hier die Zerstörer vom Drakenwald, die dann noch besonders Eigenschaften Gift haben. Deswegen sind die ein bisschen teurer. Gehen wir zu der nächsten Armee, die Bretonen. Und die haben besonders viele Fleischschilde, wie wir im letzten Video gesehen haben. Ich verlinke es oben beim i. Werde wird vorher schon eingeploppt sein. Hier gibt es ein richtig großes Kontinuum. Bauern, die definitivsten Fleischschilde. Landsknechte ohne Schilde und Speerknechte ohne Schilde ebenfalls. Dann geht es in die Richtung Landsknechte mit Schilden und Speerknechte mit Schilden. Die sind schon deutlich besser in der Lage, die Linie zu halten. Einfach weil sie gute Nahkampfabwehr hier von 38 haben und 34 und schon anfangen dediziert. Einen kleinen Hauch Antigroß zu sein. Aber bei Speerknechten, das ist jetzt die Standard-Antigroß-Variante von Linieninfanterie. Also wenn ihr so eine Speerknechteinheit mitnehmt anstatt Schwertkämpfer, dann könnt ihr euch eigentlich immer sagen, okay, die Speer-Einheit hat mehr Nahkampfabwehr als die Schwerteinheit. Das ist mal ganz üblich. Und wenn ihr ein Schild dabei habt, bekommt ihr auch noch mal ein bisschen mehr Nahkampfabwehr dazu. Die Speerknechte sind zwar Antigroß, aber macht euch keine Hoffnung, dass sie wirklich gut Antigroß sind. Das Problem ist, dass sie einfach nicht sehr viel Schaden machen. Vor allem gegen die meisten großen gepanzerten Ziele, weil ihr rüstungsdurchdringender Schaden nicht sonderlich hoch ist. Dann müssen wir eher zu der, und das habe ich vorhin angemerkt, spezialisierten Antigroß-Linieninfanterie gehen, nämlich die Landsknechte mit Stangenwaffen. Auch die gibt es in vielen Variationen, in vielen Armeen. Die werden markiert durch dieses Bonus gegen Großsymbol und durch den rüstungsdurchdringenden Schaden, oben rechts beim I, das auch vorher irgendwann eingeploppt sein wird. Er kann mich erklären, was das alles bedeutet. Schaut mal rein bei meinem Einheitenwerte-Tutorial. Die sind schlechter normalerweise im Kampf gegen andere Infanterien. Nahkampfangriff sehr sehr niedrig, nur 22. Die Landsknechte haben 27. Aber dafür sind sie eine wirklich starke Abwehrmöglichkeit gegen gegnerische Kavalerie für ihren Preis. 450 Gold und die machen wirklich böse Auer bei Kavalerie und bei größeren Single Entities und so ein Kram. Bonus gegen Groß von 18. Außerdem ordentlicher rüstungsdurchdringender Schaden. Da gehe ich jetzt nicht noch mal immer wieder drauf ein, auf die Eigenschaften. Deswegen hier Landsknechte mit Stangenwaffen als Beispiel. Das ist die Einheit, die ihr hinter eure Armee stellt, damit eure Fernkämpfer gegen gegnerische Kavalerie geschützt wird. Oder das ist die Einheit, in die ihr später, was weiß ich, eure Ponce de Leonès auf Pferd zurückzieht, wenn sie von Karnosauriern verfolgt wird. Die hauen wirklich rein. Wenn der Gegner so doof ist, zu euch kommt und sie in euch rein stellt, dann sind das wirklich absolute Killer. Gegen Groß, aber wie gesagt, gegen Infanterie machen sie nicht so viel, aber sie halten immerhin. Das ist ja Linieninfanterie. Auf der Seite der Dunkelhelfen, beziehungsweise hier gibt es noch eine Spezialeinheit, Graals Reliquie, aber das ist keine Linieninfanterie. Und wenn wir in Richtung hier, ist der Klasse signifikant deutlich übergangen. Sobald wir zu den Graalspilgern gehen, sind wir schon nicht mehr in der Linieninfanterie drin, sondern wir fangen an zu den Graalspilgern zu gehen. Ihr sagt vielleicht, hey, 32 Nahkampfangriff ist doch ganz normal, aber nein, die haben hier noch die Rasereifähigkeit, damit kommen sie auf plus 8, das heißt 40 Nahkampfangriff und das sind schon eher Linienbrecher als normale Linieninfanterie. Kostet auch einfach viel zu viel langsam mit dem Preis. Dunkelhelfen sind eine Armee, die keine sonnerlich große Auswahl an Linieninfanterie haben. Sie haben die normalen Düsterschwerter und die Schreckensperre. Das ist wie üblicherweise die zwei Geschmacksrichtungen. Bessere Anti-Infantrieeinheit mit Schwertern und die etwas bessere Anti-Großeinheit mit etwas mehr Nahkampfabwehr bei den Schreckensperren. Ansonsten sind die prinzipiell ziemlich identisch. Hier kann man auch wieder sehen, gut zum Pfeile einfangen. Die haben silberne Schilde. Ein bisschen Anti-Großeinheit bei den Einheiten mit Speeren, aber nicht wirklich hohen rüstungsdurchdringenden Schaden. Also erwartet nicht, dass die für lange Zeit auch gegen gegnerische Kavalerie sich durchsetzen werden. Also klar, wenn der Gegner lange in denen drin steht, dann machen sie irgendwann Schaden, aber wir sind einfach nicht gut genug dafür. Da müsst ihr dann eher Fernkämpfer mitbringen oder Elite, um gegnerische Kavalerie so richtig schön zu bedrohen. Noch kleiner Hinweis für euch. Die ganzen Einheiten mit Speeren haben in allermeisten Fällen Ansturmabwehrend gegen Groß. Die negiert, wie es hier drin steht, den Angriffsbonus jeden großen Angreifers, also Kavalerie. Angriffsbonus ist dieses Symbol hier, das untere. Das heißt, in dem Moment, in dem der Gegner angreift, bekommt er diesen Bonus auf seinen Nahkampfangriff und seine Waffenstärke. Und das wird eben negiert, wenn so eine Anti-Große-Ansturmabwehrend gegen große Einheit steht und den Angriff von vorne aufnehmen kann. Wir gehen weiter zu den Zwergen. Zwerge haben besonders viel Linieninfanterie, beziehungsweise so Einheiten, die so ein bisschen dazwischen sind. So viel ist es eigentlich nicht. Man kann die Bergwerker, im letzten Video habe ich auch die als Fleischschilde bezeichnen. Sie sind eigentlich auch nicht gut genug für Linieninfanterie. Ich meine, sie kosten deswegen über 300, weil sie so viel Rüstung haben und so viel Führerschaft, was uncharakteristisch ist. Aber was Fleischschilde angeht, ist es eben eine Fleischschilde-Einheit für die Zwerge. Und die Bergwerker sind eigentlich auch nochmal ein Fleischschild, aber noch teurer wegen Sprengladung. Eigentlich sind die richtigen Linieninfanterie-Einheiten der Zwerge die Zwergenkrieger, hohe Nahkampfabwehr, haltende Weile, gute Rüstung und die Zwergenkriege mit Zweihandwaffen. Hier gibt es nochmal jetzt eine Variation der Linieninfanterie. Die Zwergenkriege mit Zweihandwaffen sind ein bisschen besser darin, gegnerische Rüstungs-Gepanzerte Einheiten auszuschalten. Dafür haben sie deutlich weniger Nahkampfabwehren. Etwas andere Variationen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel erwartet, gegen viel gepanzerte Einheiten zu kämpfen, wie vielleicht so ein Chaos rein in den Kampf kommen kann, dann eher als Linieninfanterie die Zwergenkriege mit Zweihandwaffen nehmen. Machen ein bisschen mehr Schaden, halten nicht ganz so viel aus. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren, was ihr da haben wollt. Und dann fängt es an, in die Richtung spezialisierte Einheiten zu gehen. So ein bisschen Übergang bei den Zwergen, ein bisschen mehr als bei anderen Armeen. Aber Langbärte, sobald es zu Langbärten geben, die kosten 700, die halten einfach unglaublich. Haben schon 100 Rüstung, die fliehen fast nie, aber das sind definitiv eher die Linienhalter. Bei Eckrund-Bergarbeitern mit 600 Gold auch wieder irgendein ganz besonderer Spezialfall, weil die viel bomben können und deswegen kostet Eich diese scheinbare, also ist dann auch schon wieder besser, weil sie ist ja legendär mit neun Einheitenerfahrung. Deswegen zahlt man hier extra, weil klar, sie haben mehr Einheitenerfahrung, werden dadurch besser in ihren Nahkampfwerten. Dann können sie drei Bomben werfen und deswegen sind die auf einmal so hochgepackt in ihren, also in ihren Kosten. Beim Imperium haben wir die, wäre jetzt wirklich ein ziemlich übliche, also ehrlich gesagt, haben wir immer so zwei bis drei Linieninfantrieeinheiten, wenn ich mir das so ansehe. Vielleicht sind es sogar vier. Wir haben Speerträger, leicht Antigroß, aber da muss man sich wie bei den anderen normalen Antigroßeinheiten ohne rüstungsgedringen Schaden nicht zu viel Sorgen machen. Wir gehen dann Richtung Speerträger. Die sind jetzt richtig ordentlich, Linienhaltermäßig, 42 Nahkampfabwehr, haben sogar Schilde, um Fernkampf aufzuhalten und die etwas bessere Nahkampfinfanterie-Variante. Nahkampfinfanterie, wie gesagt, besser darin, gegnerische Linieninfanterie kaputt zu machen, aber wenn ihr Speerträger gegen Schwertkämpfer kämpfen lässt, dann könnt ihr wirklich eine Weile warten, also bis der Handkampf entschieden ist. Und dann gibt es hier die ganz klassische Antigroß- und rüstungsdurchdringende Variante, die wir vorhin auch gesehen haben, Hellebardiere. Das ist dazu da, um gegnerische Kavallerie aufzuhalten und eure SEMs zu schützen. Da könnt ihr euch rein zurückziehen in diese Einheit. Wir haben dann bei den Grünhäuten ebenfalls so ein, zwei, drei, vielleicht sogar jetzt sogar ein bisschen mehr Einheiten, die in die Klasse der Linieninfanterie fallen. Wie gesagt, Goblins würde ich nicht mehr als das bezeichnen. Die sind einfach zu schlecht, fliehen zu schnell für eine Linieninfanterie. Es gibt hier eine teure Einheit, die man auch als Linieninfanterie ansehen kann, nämlich die Nachtgoblins. Die sind schon ein bisschen spezieller, habe ich im letzten Video auch gesagt, nicht einfach wegschmeißen. Ist zwar keine sonderlich starke Einheit im Nahkampf, aber bufft eure restliche Linie einfach, weil sie Giftschaden macht, das ist einfach sehr, sehr wertvoll und weil sie die Schleicherfähigkeit hat, um den Gegner zu überraschen. Also für eine unsichtbare Armee ist das was, mit der ihr auf den Gegner zulaufen könnt und ihn überraschen, aber dann benutzt ihr sie auch ein bisschen eher als wirklich Linieninfanterie anstatt als Fleischschilder. Es gibt dann noch die etwas teuren Varianten. Nacht kommt es mit Fanatics und jetzt werden sie richtig, richtig ordentlich. Eigentlich immer noch relativ schlechte Werte, aber hier zahlt ihr auch noch für die Kreiseln Gifts. Das ist ein Windstoß, Spruch letzten Endes, der drei Fanatics durch die Gegend schickt und wenn ihr den gezielt auf die gegnerische Linieninfanterie oder die gegnerische Einheiten schickt, sind die einfach alle tot. Das kann absolut desaströs und vernichtend sein. Dann gibt es die ganzen nochmal in der legendären Version, die nochmal ein bisschen mehr kosten. Die haben zwar keine Fanatics, aber reduzieren gegen gegnerische Rüstung und deswegen kosten die nochmal ein kleines bisschen mehr. Wir haben nochmal eine spezielle Variante, die fiesen Schlitzer der Grün heute. Auch die an sich keine wirklich überraschenden, überragenden Eigenschaften hier in den Nahkampf werten. Deswegen könnte man meinen, eigentlich ist es mehr Fleischschildniveau, aber auch die Schleicher. Hohen rüstungsdurchdringenden Schaden von 18 plus die opportunistischen Killer plus 12 Nahkampfeangriffe und nochmal plus 40% Nahkampf rüstungsdurchdringenden Schaden. Wenn die zum Beispiel gebufft werden oder der War aktiviert ist, dann sind fiese Schlitzer einfach wirklich desaströs und können zum Teil schon ein bisschen in die Linienbrecherlinie gehen, wegen der möglichen Kombination, die ihr hier aktivieren könnt mit den Grünhäuten, obwohl sie gerade nicht mehr so häufig benutzt werden. Und dann natürlich die typische Linieninfanterie. Ihr seht hier genau in diesem mittleren Bereich 450 Gold Ork-Jungs sind die typischen Sperrkämpfer. Stellt sie nach vorne, lasst sie kämpfen, erwartet nicht zu viel davon, aber sie halten auch ein bisschen. Dann gibt es bei den Grünhäuten noch immer die Variation Wild Orks mit dabei. Die sind ein bisschen aggressiver mit Raserei, dafür deutlich weniger Nahkampfabwehren, Rüstung oder ein bisschen physische Resistenz. Ja, machen mehr Schaden, aber gehen auch selber schneller kaputt, falls ihr ein bisschen stärkere Infanterie-Linie wollt, aber erwartet nicht zu viel, dass die super schnell durch die gegnerische Linien durchbrechen ist. Dazu sind sie noch nicht hart genug. Die richtigen Linienbrecher fangen dann hier bei den Ork-Morschers an. Das ist die charakteristische Linienbrechereinheit meiner Meinung nach. Weiter geht's mit den Hochelfen. Hier haben wir das eine typische Linienregiment. Das sind Speerträger, Linieninfanterie, 38 Nahkampfabwehr. Mitkriege schon können nochmal plus 12. Das heißt, die gehen auf 50. Das heißt, was Linieninfanterie angeht, sind das schon ein bisschen bessere Verteidiger, aber die machen dafür auch relativ wenig Nahkampfangriff mit nur 20 und kosten auch relativ viel. Man zahlt also ein bisschen Aufpreis für den höheren Nahkampfabwehrwert und natürlich den Skill kriegerisches Können. Und das war's auch schon an Linieninfanterie bei den Hochelfen. Bei den Grenzläufern sind wir definitiv schon lange bei der Linienbrecher-Variante mit Bonus gegen Infanterie und zwei Einheitwaffen. Die besprechen wir dann im nächsten Video. Bei den Echsenmenschen gibt's meiner Meinung nach gar keine Linieninfanterie-Einheit. Die haben nur wertlose Skinks, die nicht in der Lage sind, irgendwas kaputt zu machen. Und dann geht's gleich weiter mit den rushigen Rotkampskinks, die ihr auf keinen Fall als normale Linieninfanterie und halbwegs Halter verwenden wollt. Die sind dazu, darüber den Gegner hinweg zu strömen und ihn so schnell wie möglich zu vernichten. Ihre Werte sind zwar ziemlich kacke, aber auch hier ähnlich wie bei den fiesen Schlitzern, rüstungsdurchdringender Schaden. Dafür haben sie außerdem noch Gift und die Raserei mit plus 8 Angriffsbonus. Super weich, aber eher zum Zerschmettern. Also auf Dauer und gegen andere gegnerische Linieninfanterie lohnen sich fast schon nicht. Eher so ein bisschen speziellere Ziele. Vielleicht gegen Zwerge kann man sie ganz gut verwenden, aber da werden sie explodiert. Ja, sind ein bisschen out of favor gefallen in letzter Zeit. Und in der weiteren teureren Variante fangen die Echsen mit 800. 800! Also die Saurus-Krieger der Echsen sind schon eine ganz besondere Variante, die eigentlich viel in der Lage sind, richtig viel Schaden zu haben. Eher in der Richtung Linienbrecher-Infanterie als Linienbrecher anstatt Linieninfanterie selbst. Gehen wir noch zu den Norska als nächstes. Hier haben wir wieder die typischen zwei Varianten. Normale Schwertkämpfer und Speere. Zahlt man einen leichten Aufpreis für die Zaunfähigkeit, die die Norska haben. Aber hier nichts besonderes. Und hier gibt es dann die dritte Variation. Barbaren mit Zweihandwaffen. Haben wir auch schon gesehen bei den Zwergen. Interessanterweise auch genau der gleiche Preis. 500 Gold. Genauso wie die Zwerge mit Zweihandwaffen auch 500 Gold kosten. Ist halt die etwas rüstungsdurchdringende Variante. Und ja, dann geht es schon weiter. Eisgeborene Barbaren mit 600 Gold. Schon eher deutlich teurer. Haben auch außerdem einige extra netten Bonis wie die perfekte Vitalität. Viel bessere Werte. Das ist dann eher nichts, was ihr einfach nur als normale Linie einsetzen wollt. Ich meine, ihr könnt damit eure Linie werfen. Klar, das geht immer. Aber schon recht teuer. Für einfach nur Linieninfanterie. In der Richtung Skaven gibt es viele Einheiten, die man so ein bisschen als Übergang Fleisch, Schild und Linieninfanterie vielleicht betrachten kann. Die Skaven-Sklaven gehören natürlich zu den Fleischschilden. Clanraten kann man vielleicht immer noch dazu zählen. Aber spätestens hier in Richtung Clanraten mit Schilde und Clanraten mit Speeren und Schilden sind die schon noch relativ teuer. Die Nahkampfwerte sind auch ganz okay mit 28 Abwehr und 18 Angriff. Das ist das, was ihr in die Linie packt. Die werden auch in der Lage sein, eure Linie zu halten gegen gegnerische Linieninfanterie. Da müsst ihr euch keine zu großen Sorgen machen im Vergleich zu Skaven-Sklaven, die da nicht halten werden. Es gibt noch eine etwas teurere Variante mit den Schwandschlitzern, wie alle legendären Regimenter. Falls ihr das noch nicht wisst, ihr könnt einfach euer normales Regiment nehmen, ganz viele Einheitenringe draufpacken. Dann sind die Nahkampf-Angriffs- und Abwehrwerte normalerweise gleich. Allerdings ist da noch meistens ein extra Bonus in diesen Elite-Einheiten drin. Das heißt, die sind immer besser. Also sie sind immer besser als das normale Regiment und kosteneffizient. Ihr seht es hier, 550 gegen 500 Gold und dann haben sie noch Feuerresistenz und Feuerschaden. Dafür zahlt man halt extra. Bei den Gruftkönigen haben wir als Linieninfanterie die Nahkastischen Krieger. Die sind ein bisschen Richtung offensiv. Man kann, wenn man will, eigentlich auch Skelettkrieger und Skelettspeerträger als Linieninfanterie bezeichnen. Ich meine, die halten schon, gehen eher, das ist so ein bisschen, das ist halt eine andere Art und Spielweise bei den Gruftkönigen. Eigentlich sind es Fleischschilde, die machen nicht wirklich viel Schaden für Schwertkämpfe und Skelettspeerträger, aber sie halten eben deutlich länger, weil sie eben Skelette sind und unbrechbar sind. Dann gibt es noch die Nähe Kastischen Krieger. Die sind schon eine besondere Einheit, die fast schon in Richtung Linienbrecher geht. Dafür allerdings noch relativ günstig ist und auch nicht sonnerlich hohe Nahkampf, Angriff und Abwehrwerte hat. Die gehe her. Das ist richtig Linieninfanterie. Okay, das ist die Einheit, die rausfällt. Das ist die Einheit, die von der Preisklasse wirklich eher am ehesten rausfällt und ich eher in die Linienbrecher-Truppe schicken würde, obwohl sie jetzt auch nicht megamäßig gegen solche Linien weghaut. Also die nehmen auch einfach selber noch so viel Schaden. Okay, soviel dazu. Gehen wir zur Richtung Vampirküste. Vampirküste. Die Linieninfanterie der Vampirküste ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, gleichzeitig ihre Fleischschilder. Da kann man bei der Vampirküste kaum unterscheiden. Horden der Zombie vielleicht noch eher bei der wirklich Fleischschild-Variante. Die Horden der Zombie-Piraten-Deckarbeiter mit Stangenwaffen sind eigentlich auch nicht in der Lage, wirklich viel Schaden zu machen. Aber wegen Antigros und dem doch echt üblen rüstungswidrigenden Schaden von 19 schon wieder eher die Kablerie-Verteidigungsversion als die normalen Zombies. Dafür zahlt man auch. Also die sind schon gefährlich, ist auch Anti-Kablerie. Dann gibt es noch den legendären Flut von Skjold. Die haben perfekte Vitalität, mehr Führerschaft, mehr Nahkampfangriff, aber generell ja auch nur normale Linieninfanterie, die steht und hält. Und sobald es hier in die höhere Preisklasse geht, seht ihr, na das ist nicht mehr Linie. Das hat schon sehr spezielle Anwendung und so weiter. Eher den Gegner durchbrechen. Bei den Vampirfürsten haben wir auch so ein bisschen Varianten. Die Linien, äh die Blödsinn, die Fleischschilde sind bei den Zombies. Dann geht es zu Skelettkrieger und Skelettspeerträger. Das ist auch so ein Wackelkandidat. Ist es noch Fleischschild, ist es schon Linieninfanterie? Kann man sich darüber streiten. Generell verlieren die den Kampf gegen andere Linieninfanterie, aber sie halten halt ziemlich lange, weil sie unbrechbar sind und nicht fliehen werden. Und vielleicht würden manche Zuschauer Gruftgule eher als Linienbrecher ansehen, aber ich habe die auch ausprobiert, wenn man die gegen gegnerische Schwertkämpfer oder so schickt, dann schlagen die sich nicht sonderlich gut. Die brauchen auch Ewigkeiten, um durch Gegner durchzukommen oder verlieren dann sogar gegen gegnerische Linieninfanterie. Gruftgule müssten vielleicht, damit sie eine bessere Funktion bekommen, etwas teurer werden und dafür auch etwas bessere Nahkampfangriffswerte bekommen, damit man sie ein bisschen häufiger benutzt. Hier gibt es nochmal etwas besseres, das ist eher ein typisches Linieninfanterie-Regiment. Gibt es halt nur einmal als legendär mit Nahkampffährten, die schon ganz ordentlich sind, 24 und 29. 60 Rüstung und Gift, das kann man dann schön in seine Linie stellen. Hält auch halbwegs, im Gegensatz zu den Skeletten, Skelettsperträgern. Weiter geht es zu den Chaoskriegern. Chaoskrieger haben hier wieder die zwei Varianten. Normale Infanterie als Linieninfanterie und dann die Chaosbarbar mit Zweihandwaffen mit der rüstungsdurchdringenden Variante. Hier ganz leicht unter 500 Gold im Vergleich zu den Zwergen und der Norska-Version, die wir gesehen haben. Hier gibt es noch eine ganz besondere Variation, die aufstrebenden Champions, auch in der Preisklasse her von der Linieninfanterie, wird vermutlich auf Dauer gewinnen gegen gegnerische Linieninfanterie wegen der hohen Rüstung und der hohen Nahkampfabwehr und den doch ordentlichen Nahkampfangriffswerten. Das Problem mit ihnen ist, sie sind nur zwölf Modelle. Bis die sich durch eine gegnerische Armee oder gegnerisches Regiment durchgeschlagen haben, brauchen die schon eine ziemliche Weile. Halten an sich auch ganz gut. Ja, es ist schon eher Linieninfanterie. Erwartet nicht von der aufstrebenden Champions, dass sie durch die gegnerische Linie brechen. Die stehen, die kämpfen, können ein bisschen halten, aber erwartet es keine besondere Mega-Performance von denen. Bei den Waldelfen sehen wir wieder die typischen Elfen-Variationen, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Wir haben einmal die ewige Wache. Hier haben wir sogar die Option, die Linieninfanterie ohne und mit Schild mitzubringen. Hier kann man schön sehen, Rüstungsdurchdringender Schaden und Antigroß, also ziemlich gefährlich für gegnerische, gepanzerte Kavallerie. Und ja, kann sich auch gegen Infanterie hält sie ganz gut, gerade mit dem Nahkampfabwehr 44. Und die Waldelfen haben dann auch noch eine, erneut, ja, es ist, mal gucken wir uns mal die Linie Karastische Krieger an. Ich glaube, hier gibt es doch noch die Ausnahme, die Ausnahmesituation. Naja, Karastische Krieger und Ryaden sind beide leicht unter 600 Gold. Das ist die einzige Ausnahme, die ich hier wirklich als Ausnahme akzeptiere. Mano, werden Zuschauerinnen und Zuschauer, die leicht unter der 600-Gold-Grenze sind, aber trotzdem eher klare, eher in Richtung der Linienbrecher gehen. Die gewinnen normalerweise gegen gegnerische Linieninfanterie. Nicht ganz so hart wie die Nahkampfabwehr, obwohl die Nahkampfabwehr würden auch gewinnen, obwohl die Ryaden gewinnen auch gegen Linieninfanterie. Aber sie brauchen schon eine Weile und nehmen im Gegenzug auch ziemlich viel Schaden. Ja, ja, okay. Nahkampfabwehr Krieger. Ryaden gehen schon eher in die Richtung der Linienbrecher. So ein bisschen am Rand des Kostenpunktes. Auf der anderen Seite ist die ewige Wache auch relativ gut als liegende Halter mit 44 Nahkampfabwehr. Dabei muss man aber wirklich unterscheiden. Ryaden. Ryaden und Nekronische Krieger sind deutlich aggressiver, aber denkt nicht, dass die zu verwechseln sind mit den Vampirfürsten Gruftghulen. Die Gruftghule haben keine Chance. Also Nekronische Krieger und die Ryaden machen viel mehr Schaden im gegnerischen Frontlinienkampf als die Gruftghule. Von denen könnt ihr keine ähnliche Performance erwarten. Ja, aber ich würde mal sagen, es passt trotzdem ordentlich. Ich meine, vielleicht kann man sagen, hey, Hamster setzt seinen Goldunterschied nicht bei 600, sondern bei 550. Aber es würde meiner Meinung nach auch nicht wirklich richtig passen. Abgesehen von diesen zwei Einheiten, Nekronische Krieger und den Ryaden würde ich diese Grenze schon eher hier bei 600 setzen. Denn das nächste Segment fängt normalerweise bei 600 an mit zum Beispiel Schwarzen Archen, Korsan der Schwarzen Arche, Flaggelanten, ganz klare Linienbrecher und die sind dann auch richtig ordentlich. Die zerschmettern eure Linieninfanterie ziemlich schnell und da müsst ihr eure Linieninfanterie unterstützen, wenn ihr da noch eine Chance haben wollt. Im Gegensatz zu Gruftnachen zum Beispiel, die gegen solche Linienbrecher lange aushalten werden. Da könnt ihr wieder kontern. So, Fazit im Ganzen. Linieninfanterie ist das Brot und das Butter eurer von vielen Armeen. Ihr könnt sie benutzen, um eure Armee zu schützen. Sie werden für eine Weile halten, aber sie werden nicht diejenigen sein, die den Kampf für euch entscheiden. Das müssen eure Cavalier-Einheiten sein, das müssen eure Fernkämpfer sein, eure Single-Entities, eure Zauberer, eure Generäle, denn die Linieninfanteries nicht in der Lage, so viel Schade oder Notwendigkeit oder Haltbarkeit rauszunehmen. Sie sind einfach nicht flexibel genug, um den Kampf für euch gewinnen. So, in welchen Armeen sind die Linieninfanterie besonders relevant? Man kann sagen, eigentlich kann man Vampirfürsten fast ganz ohne Linieninfanterie aufbauen. Einfach nur mit Zombies und Eliteeinheiten beziehungsweise den Verfluchten zum Beispiel. Die Tiermenschen kann man prinzipiell auch ohne spielen. Man kann billige Ungors nehmen, obwohl viele Armeen basieren auch auf Gorherden. Aber die brauchen auf jeden Fall auch ihre Linieneinheiten. Dunkelelfen ist so eine Armee, da kann man sich überlegen, hey, wir verzichten auf die Linieninfanterie, zahlen wir direkt ein bisschen mehr für Linienbrecher, um gegnerische Linien damit ziemlich effektiv kaputt zu machen. Bei den Zwergen gibt es eigentlich keinen Weg vorbei an Zwergenkriegern. Die sind schon ziemlich kosteneffizient, eher eine defensive Armee. Bonus an Ansturmabwehren gegen Großes ist nochmal eine Spezialvariante, die die Zwerge hier haben. Das lohnt sich eigentlich fast immer, hier welche mitzubringen. Empirium definitiv die klassische Linieninfanterie-Armee. Ihr könnt höchstens auch hier auf Flagge landen gehen. An sich geht das immer. Wenn ihr sagt, okay, ich mache eine Armee, die den Gegner zerschmettern will, eher auf die Linienbrecher zu gehen, anstatt die Linieninfanterie. Aber ansonsten, das Imperium hat schon gute Auswahlen hier. Mit den Schwertkämpfern und auch den Hillibardieren, die schön Antigros sind, wenn ihr das machen wollt. Grün heute, kann man sich auch überlegen, geht man auf die Linieninfanterie-Org-Jungs, geht man auf eine getarnte Armee mit Nachtgoblins oder nimmt man direkt einfach nur Fleischschilder oder eine Mischung von allem. Dabei ist zu beachten, je mehr verschiedene Einheiten Typen ihr mitnimmt, desto komplexer wird es, eure Armee zu steuern. Bei den Hochelfen geht es auch hier schon richtig teuer los mit eurer Linieninfanterie-Sperrträger. Aber bei Hochelfen, wenn ihr jetzt nicht eine total mobile Armee oder eine Ansturmarmee mitnimmt, ist es fast Pflicht, die Sperrträger mitzunehmen, weil ihr sonst einfach zu wenige Modelle, zu wenige Regimente in eurer Armee habt. Und das kann dann schon mal nach hinten losgehen. Aber definitiv möglich. Echsen-Menschen, wie gesagt, haben nicht so wirklich die Linieninfanterie, gehen eher direkt auf die Sauskirche, die halt viel teurer sind, auch ein bisschen andere Eigenschaften haben, besprechen wir beim nächsten Mal. Norskar, da sieht man normalerweise immer einige Linieninfanterie-Einheiten mit Barbaren oder Barbaren mit Zweihandwaffen, weil die Barbaren-Berserker dann schon eher ein bisschen teurer sind. Aber natürlich nicht ungesehen. Also ein paar Barbaren schaden nie, meistens wenn man ein bisschen Geld übrig hat. Skaven, eine Armee, bei der man auch sich überlegen kann, will man überhaupt Clanratten mitnehmen? Oder geht man direkt haufenweise auf Skaven-Sklaven? Man kann ja bis zu acht mitnehmen insgesamt in den Banner-Rules. Die halten halt wirklich ziemlich schlecht. Insofern ein, zwei, drei Clanratten-Regimente kann man hier auch mal mitnehmen. Bei den Gruff-Königen gibt es unterschiedliche Armeekompositionen. Entweder viele Skelettsperrträger oder gar keine Rush-Armeen mit Gruff-Königen, mit den herkrassischen Kriegern. Sieht man zwar, aber die funktionieren häufig nicht so gut, weil die Nähkrasschenkrieger dann doch ein bisschen zu viel Schaden selbst nehmen und jetzt auch nicht so extrem viel Schaden raushauen. Kann nach hinten losgehen. Und ja, eigentlich gibt es bei den Gruff-Königen entweder die super leichte Armee, die schnell zerschmashed wird, mit Skeletten und wenig Schaden aushält und dann die schon Richtung Linien halte Gruff-Wache, die richtig gut hält. Neue Vampir-Küste. Auch hier eigentlich nur Einheiten, die halten. Packt die ganze Armee voll mit Zombies. Das solltet ihr bei der Vampir-Küste definitiv machen. Bei den Vampir-Fürsten sieht man eigentlich noch gar nicht mehr so oft Skelett-Krieger. Man sieht sie eigentlich so selten mittlerweile. Es gibt nur noch Zombies und dann vielleicht Verfluchte, weil die machen halt keinen Schaden. Ihr wollt irgendwas, was Schaden absorbiert, dann nehmt ihr die Zombies. Wenn ihr was machen, nehmen wollt, was die Infanterie-Linie des Gegners zerlegt, dann nehmt ihr lieber Verfluchte. Gruff-Kuhle vergesst ihr am besten sowieso gleich. Im momentanen Patch bei Chaos-Krieger. Ebenfalls hier Chaos-Barbaren. Chaos-Barbaren mit zwei Waffen kann man mitnehmen, wenn man Lust hat. Ansonsten direkt auf die Linienbrecher und Halter mit den Chaos-Kriegern und Verstoßenen gehen. Ja, und bei Waldelfen. Entweder Triaden, wenn ihr aggressive Waldelfen spielt oder die ewigen Wachen mit Schild, wenn ihr sie eher als Verteilung benutzen würdet. Beides möglich, kann man mit beidem rechnen. Okay, soviel dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne den Daumen hoch da und das Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Hamster Ewigkeiten über einzelne Regiments, Klassen spricht und wie man sie einsetzt. Wo gibt's das sonst, wenn nicht hier im Internet? Na dann, Hashtag 8% und bis zum nächsten Mal.